Zum Baumhaus in Deca, Freunde! Bist du's, Jacob? Bist du's? Warte mal, wie kann es Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Sprach der Rabe Nimmermehr. Bist du's? 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 Oh, schaut. Schlüssel. Vom Polizeiwagen. Muss eine dieser... Tut mir leid, Officer. Ich hab keine Ahnung, was die meinen Situationen seien. Also lass ich die besser einfach hier liegen. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigendes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horror-Falltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich zieh mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Ich glaube, da oben ist was. Und ich werde das machen. Ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt. Und keine Zeit für Zugang. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du Schmerzen? Nee, nee, sorry. Nur, ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon, komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ihr kennt, ich hasse Granola. Ja.